Und wieder hat sich eine lange Schlange gebildet. Klein und groß, alt und jung, sie alle warten darauf, eine der Papierlaternen zum Selbstbasteln zum Laternenfest zu bekommen. Die faltbaren Papierlaternen sind jedes Jahr beim Laternenfest heiß begehrt. Doch wer hat diese Laternen entworfen? Vor 24 Jahren, ebenfalls ein Jahr des Hundes, hat Hongxin Fu die erste faltbare Papierlaterne hergestellt. Nun ist es schon das 24. Jahr, in dem Papierkünstler Hongxin Fu eine Laterne zum Laternenfest entworfen hat. Also bereits zweimal für alle zwölf Tierkreiszeichen. Herr Hong sagt, dass er etwa im Jahr 1991 damit angefangen habe, aus Papier gefaltete Laternen zu entwerfen. Damals sei das Laternenfest auf dem Platz der Chiang Kai-shek-Gedenkhalle in Taipei veranstaltet worden. Und es seien Laternen aus Plastik verschenkt worden. Das habe ihm gar nicht gefallen, da damit seiner Ansicht nach die Laternenatmosphäre verloren gegangen sei. Denn eine Laterne sollte man doch selbst basteln. So habe er damit begonnen, Laternen mit Papierfaltkunst zu entwickeln. Herr Hong hat inzwischen bereits mehr als 300 faltbare Papierlaternen entworfen. Herr Hong erzählt, er habe sich auch von alten traditionellen Spielzeugen inspirieren lassen. Eines davon sei zum Beispiel das traditionelle europäische Spielzeug der Lauftiere gewesen. Diese Lauftiere könnten auf einer schrägen Ebene laufen. Kick, Kok, Kick, Kok. Es handelt sich um ein Holzspielzeug. Er habe das sehr interessant gefunden, aber beim Entwurf dann festgestellt, dass Modelle aus Papier zu leicht seien. Form und Gewicht seien unterschiedlich. Er habe viele Jahre aufgewendet, um Veränderungen vorzunehmen. Schließlich konnten sie laufen, aber nur auf einer Schräge nach unten, was er nicht so gut gefunden habe. Deshalb habe er Veränderungen am Material und Aufbau vorgenommen und so eine Möglichkeit entwickelt, wie man das Tier durch Rüttelbewegungen nach vorne laufen lassen könne. So habe er ein neues Gleichgewichtsmodell bei der Bewegung gefunden und gleichzeitig mit der Anmeldung für den Laternenwettbewerb auch ein Patent darauf beantragt. Gemäss Herrn Hong sind viele alte Spielzeuge sehr interessant, wie zum Beispiel dieser Turner. Seine Bewegungen ähneln auch denen von Affen, die auf einem Baum herumtornen. Es habe jedoch ein Problem gegeben, nämlich, dass diese Spielzeuge eine große U-Form benötigten. Nachdem er einige Forschungen angestellt habe, habe er festgestellt, dass er lediglich diese beiden Teile ziehen müsse. Dafür hat er dann ebenfalls ein Patent angemeldet. Mit zwei Schnüren oder mit sich überkreuzenden Schnüren habe er die U-Form weggenommen und so könne sich die Figur überschlagen. Mit einigen Trägheitsbewegungen und Prinzipien aus der Chaosforschung drehe sich die Figur ununterbrochen. Und so sei schließlich der Prototyp der Affenlaterne entstanden. In diesem Jahr ist wieder das Jahr des Hundes. Und Papierwaldkünstler Hong Xin Fu sagte, er wollte zum Jahr des Hundes nicht nur eine Laterne in Hundeform entwerfen, sondern der Hundelaterne etwas Lebendiges verleihen. Die typischen Bewegungen, das Laufen eines Hundes. Er habe selbst einmal einen Hund gehabt und überlegt, wie könne er die Hundelaterne zum Laufen bringen. So habe er Schwankungen und Trägheitsbewegungen angewendet, um die Hundefigur zum Laufen zu bringen. Herr Hong sagt, er entwickle diese Handlaternen, weil er möchte, dass die Leute Spaß und Freude daran finden. Hong Xin Fu ist nun Nummer eins in seinem Bereich. Doch der Weg dahin war nicht geradelinig. Er hatte früher kantonesischen Reisbrei verkauft, einen Workshop eröffnet, einen Buchladen gegründet. Und jedes Mal ist er gescheitert. Dabei hat er sein gesamtes Kapital in den Sand gesetzt und dazu noch Schulden gemacht. Als er dann Papierlaternen herstellen wollte, sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich wieder selbstständig zu machen, da es niemanden gegeben habe, der in diesem Bereich mehr Erfahrung gehabt habe als er. Der nun sehr erfolgreiche Hong Xin Fu sagt, er sei der Meinung, dass man sich mit seinem eigenen Unternehmen selbst verwirklichen könne und dass sich so Träume zu etwas Großem entwickeln können. Ihr stimmendes